hallo und willkommen zurück zu einer neuen folge hier bei unserem podcast kaffee klatsch heute sind wir nur zu dritt der toto ist ein bisschen unterwegs der macht real life sachen währenddessen haben wir drei uns hier wieder versammelt um euch wieder ein paar spiele die im dezember rauskommen herzubringen ich muss direkt so gehen ich habe keins gefunden deswegen hören wir heute nur von zwei spielen und der team haben sich natürlich die mühe gemacht spiele rauszusuchen von den wenigen die in dezember rauskommen und der p hat richtig lust euch ein neues spiel vorzustellen aber so richtig bock richtig richtig bock jetzt immer was gibt denn da schönes im dezember und hab da wieder aufmerksam geworden guckst du mal ein interessanter name high on life guck mal was das ist und dachte mir doch da kann man noch mal zwei drei worte drüber verlieren und zwar habe ich geraten du musst gras anbauen nee viel besser ist nicht so einfach nee high on life ist tatsächlich ein ego shooter und zwar ein ego shooter von scrunch games und in dem fall ist zwar macht das der ein co autor von rick und morty ist für dieses spiel verantwortlich also er auf dem humor von rick und morty steht könnte hier doch ein bisschen interesse daran finden der rick und morty gar nicht mag kann direkt skippen und sich anhören über team zu erzählen hat weil das wird auch gar nichts für den sein also wie es aussieht ist dieser humor von rick und morty auch durchgehend präsent also da wird man wohl schön damit zugeschissen ähm und ist dann eben dementsprechend so ein recht humorvoller ego shooter der sich nicht so ernst nimmt und ähm im großen und ganzen wie sie geht es darum aliens zu töten meine story eben so durchzulaufen um mit mpcs zu reden und klassischer ego shooter halt im prinzip der so ein bisschen erinnert sich wenn man so reinguckt so ein bisschen an borderlands halt so vom grundprinzip her ne ähm ich weiß jetzt nicht ob es ein loot shooter ist das ging jetzt erstmal nicht hervor scheint aber keiner zu sein ähm eine sache die relativ schnell auffällt und weil ich ein bisschen skeptisch bin das könnte sehr geil sein könnte aber auch nervig werden weil deine waffen sprechen mit dir ne und heißt wenn du eben eine scheiße machst hatte mir so ein kleines preview angeguckt und da hat er irgendwie so ein alien kind erschossen fand deine waffe halt gar nicht so lustig und hat sich direkt beschwert jetzt muss die fsk von dem spiel erhöht werden und lass doch mal so eine scheiße und deine deine waffe schüttet die scheiße zu ähm okay cool klingt nach immer mehr nach borderlands ja genau also so vom humor und von der art her scheint es ein bisschen ähnlich zu sein ähm scheinen eben kein loot shooter zu sein sondern man findet auch andere waffen so wie es aussieht aber eben bestimmte waffen ähm ist ein reiner einzelspieler deswegen ein bisschen schade als multiplayer schon direkt gesagt hat das muss ich haben ne und dann hätte ich mir den team hochschnappen gesagt was hat man spielen ja ähm einzelspieler ego shooter schwierig aber gibt es ja auch genug leute die das nicht stört ähm ich dachte ich kann man trotzdem mal erzählen ähm um mal die die beschreibung von steam die die das spiel hinterlässt ähm vorzulesen also wir haben so text wie blood and gore shoot humor sexual themes strong language use of drugs und violence ja also weiß man in welche richtung das ungefähr geht so ein sims abklatscht dann ja quasi ja friede, freude, eierkuchen und ähm alles wird lustig ähm kann euch leider nicht sagen was der spaß kosten wird das ist auf steam zumindest selber findet man dazu noch nix und ich kann euch leider nicht mal sagen wann es genau rauskommt weil auf steam steht dezember 22 also ich hoffe der termin wird dann auch gehalten ähm plattformen werden xbox und pc sein ne also kann man sich schon aussuchen aber auch ein pc scheint voller controller support zu sein wer lieber mit controller spielt ist also auch da wer einen ego shooter mit controller spielt ist am leben vorbeigelaufen ist das ein microsoft exklusives spiel oder was weißt du das jetzt dann wahrscheinlich sein wirkt dann fast schon so genau dass das ein microsoft exklusives spiel ist ob es jetzt für eine gewisse zeit ist oder das habe ich jetzt nicht nachgeschaut ob es so ein zeit exklusives ding ist ähm es könnte dann ein game pass sein darauf wolltest du genau sagen stimmte auch ein game pass sein ähm habe ich jetzt aber nicht geschaut ob das ist ähm kann man ja mal eben nachschauen dann ja vielmehr gebe ich darüber nicht zu sehen eigentlich nicht zu erzählen erstmal von dem was man bis jetzt so gesehen hat ähm wie gesagt sieht lustig aus ist so eine comic graphic so ein bisschen ne und ja wie sagt riko morti humor halt eben ne also wird wahrscheinlich sehr derbe werden alles und hat dann eben seine shooter elemente wo man mit irgendwelchen futuristischen waffen dann eben über irgendwelche alien planeten läuft und alles wegschnitzeln darf klingt nach wenn es ein multiplayer hätte hätte ich es gekauft ja genau also habe ich mir auch direkt gesagt so als multiplayer dann sollte mich wie das dieser borderlands erinnert wäre eigentlich total passend dafür ähm ich vermute mal dass es jetzt auch nicht allzu teuer sein wird ähm wenn er mehr als ein zehner kostet dann äh ist das für mich aus wahrscheinlich mehr als ein zehner das müsste man sehen dafür ist halt zu zu wenig jetzt sag ich mal darüber dann bekannt ja genau ist halt eben klar gibt natürlich trailer gibt halt auch so schon mal ein paar videos von irgendwelchen spielemagazinen die hat irgendwie schon mal anzocken durften ja die kann man sich durchaus nochmal angucken und da wird man glaube ich schon relativ schnell feststellen ähm ob das was für einen ist oder ähnlich ne das ist dann ich lese gerade mal nach verfügbar ab 13. dezember übrigens sagt xbox.com jetzt vorgestellt xbox gamepass logo ab dem ersten tag mit gamepass verfügbar ja nein das brauchen wir nicht kaufen dann kann ich so spielen kann dann einfach mal reingucken ne und dann hat man es ja eh und dann wird man wahrscheinlich schnell schmerken schnell schmerken ob das was für einen ist ihr könnt uns ja mal in die kommentare schreiben ob für euch das mal ob wir das mal für euch testen sollen ich würde mich dazu bereit erklären dieses zu testen wenn ihr das wollt wenn ich mache ich es trotzdem aber dann seht ihr davon nichts ok dann schreibe ich dir in die kommentare timo ich möchte ein kommentar reicht mir wo drin steht mach mal timo jetzt los also ja ansonsten hat der timo auch so ein ähnliches spiel sag ich mal nur mit weniger schießen davon mit mehr autos timo war das daraus ja wer hätte es gedacht weil meine passion neben first person shootern oder shootern generell liegt natürlich bei den lieben kraftfahrzeugen in jedwäger form am besten flach tief und schnell und es kommt ein neues need for speed was schlitten ja von mir aus auch schlitten ja auch ein synonym für auto also von daher alles gut ja jetzt kommt ein neues need for speed need for speed unbound heißt das ganze ähm ist vom publisher her von den game studios her glaube ich nicht mehr ghost games die die letzten gemacht haben sondern criterion die bekannt sind von ähm burnout sind da mit drin äh es soll halt ein bisschen was neu machen soll man ein bisschen was alt machen ne also tuning soll sehr sehr krass im vordergrund stehen es ist alles ein bisschen auf comic gemacht was manche leute stört manche leute nicht also du kannst so effekte haben wenn du nitro einsetzt oder wenn du springst dann kommen so new school old school tattoo graffiti effekte sag ich mal ähm wie flügel oder keine ahnung kann man einstellen kann man ausstellen sache ist im multiplayer werden die anderen die das eingestellt haben wahrscheinlich haben nur du selbst dann nicht aber äh ist wohl nicht so als wäre das übertrieben krass zwischen sequenzen sind halt auch in so einem comic stil ähm mit reellen schauspielern zwar also realistischer comic stil keine ahnung wie ich das beschreiben soll aber die autos sind halt sehr detailreich und tuning ist halt auch wohl sehr extrem wieder frage ist natürlich für welche autos das tuning extrem ist und für welche nicht so aber was man so sieht was ich bis jetzt so gesehen habe ist das schon teilweise krass was man da machen kann mit den autos ähm ja gut ansonsten musst du halt auto fahren ne das ist ganz klar jetzt gibt es aber da habe ich leider nur noch nicht genau gelesen ähm beim multiplayer wohl relativ neu dass du nicht nur quasi die ganze zeit Leute siehst auf der karte und theoretisch mit denen fahren kannst und multiplayer mäßig was fahren kannst sondern das soll so ein bisschen äh auch aufgebaut sein dass du da im multiplayer wieder von null anfängst dass das neu ist quasi so eine art spielstand so habe ich das verstanden aber da müsste ich noch mal nachlesen ich kann mal eben ganz schnell gucken was da so steht ja sagen bei need for speed habe ich das irgendwie so die letzten mal als so need for speed raus gekommen ist und man hat irgendwie mitgekriegt irgendwie so war mein gefühl hier ist mal was gibt es noch ich weiß nicht früher so eine zeitung von underground war das so ein präsentes spiel wenn ein neues need for speed hat war der übelste hype und jetzt ist irgendwie so das ist auch irgendwie so weiß ich nicht das ist irgendwie merkwürdig ja schade eigentlich weil die immer coole spiele waren also es gibt halt was ich hier sehe du kannst im multiplayer halt so so eine cash halt gewinnen und dann gibt es noch wie so eine art turnier wo du dich dann halt mit cash anmeldest quasi äh das ist das was ich jetzt gerade so raus lese ähm und dann gibt es halt the grand als main event irgendwie und lobbies äh sind bis zu 16 spieler also doppelt so viele spieler in einer lobby wie zuvor und in einer gruppe kannst du noch zu viert sein das ist das was das jetzt auf die schnelle rausfinden konnte also du kannst du wirst mehr oder weniger wahrscheinlich so wie ich das jetzt verstehe ähm wenn du an diesem grand event teilnehmen willst dazu gezwungen multiplayer rennen zu fahren um cash zu verdienen weiß nicht ob es auf andere möglichkeiten dann auch gibt da äh cash verdienen ähm generell ist irgendwie relativ wenig bekannt was ich so mitgekriegt habe das ist auch fast an mir vorbeigegangen weil die das nicht groß aufgezogen haben ich meine ähm Spez und ich waren auf Gamescom und von Need for Speed war da nix zu sehen würde ich gerade sagen das kam so so nach dem Motto ach so hier wir sind auch noch da kommt was Neues und erstmal war halt groß um diese Comic Grafik da das sahen den Screenshots aus als wäre das sehr überladen geht aber ne ich sag mal das ist wie jedes Need for Speed wenn du wenn du Need for Speed Fan bist ne und Underground und so weiter natürlich im Hinterkopf ähm ich will nicht sagen es wird Tuning geben wie in Underground 2 weil das gibt es gefühlt nicht mehr seit Underground 2 ähm ich hab alle Need for Speed Teile gespielt auch als der Relaunch 2015 kam hab ich die Teile Need for Speed äh 2015 quasi dann äh äh wie hieß es Payback gab es noch und ähm Rivals also Need for Speed 2015 Need for Speed Rivals Need for Speed Payback hab ich alle gespielt fand ich alle gut Payback fand ich noch mit am besten ähm aus den dreien obwohl Need for Speed 2015 einfach diese neue Grafik dahergebracht hat sag ich mal das war auch sehr cool wie jetzt Criterion da mit rein äh kam und wie die das umsetzen keine Ahnung Criterion ist aber ein guter Rennspiel Hersteller Rennspiel Publisher Rennspiel Studio wie auch immer ähm wird man sehen ne also ich werd's mir auf jeden Fall angucken ähm es ist nicht im Game Pass nicht so viel sei daher gesagt du kannst es wenn du Game Pass Ultimate hast damit auch diesen EA Pass quasi gibt's wie ne Art Test Version die du spielen kannst ist aber halt nicht die Vollversion äh ansonsten auf Steam kostet das ganze Ding 70 Euro was ich sehr viel finde also ich hab mir das jetzt halt mal angeguckt so die also mich schreckt das ja ab so äh hätte jetzt eher so also ich hab schon Spiele Trailer gesehen und es ist halt nicht so krass mit diesen ganzen Comic Sachen aber ich sag mal so ich bin Need for Speed Fan und für jeden Need for Speed Fan wird das wahrscheinlich auch wieder was cooles sein ich für meinen Teil werde keine 70 Euro dafür ausgeben ich hab Gott sei Dank den Ultimate Pass vom Game Pass ich werd also mir diese Test Version denk ich angucken dann entscheiden ob ich das wenn's im Angebot ist kaufe und mir dann halt den Preis festlegen was ich dafür ausgebe aber 70 Euro werd ich dafür nicht ausgeben ja 70 Euro schon hab ich find ich also grad für so ein Need for Speed jetzt zumal wie gesagt das ist halt auch nicht mehr so das presenteste Spiel halt irgendwie ne und ja das ist halt ein Need for Speed das muss nix schlechtes sein aber es wird mit Sicherheit auch nix schlechtes sein aber es ist mir jetzt zum Stand jetzt auch einfach zu zu wenig bekannt wie sehen die Rennen aus wie lang ist das Spiel ja weil 70 Euro ja wenn die ihren Fokus dann aber auf Multiplayer legen ich bin kein Multiplayer Spieler in dem Welt so da denk ich mir ich spiel die Dinger gerne ich weiß aber dass ich eigentlich nicht gut bin in Rennspielen ich spiel die einfach gerne das ist bei bei Shootern wieder was anderes da weiß ich dass ich auch halbwegs gut bin deswegen kann ich ja da online spielen ist mir neu du hältst dein Maul und geh da dein Lost Ark spielen da bin ich gut drin ja ich nicht ist auch nicht so schwierig sagst du ne und deswegen also bleibt abzuwarten ich ich geb dem ganzen ne Chance auf jeden Fall aber nicht für 70 Euro ja bei so einem Autorennen ist ja auch immer wichtig wie fühlt sich das überhaupt das ganze Fahrgefühl an und also er ist so eine Kart Racer ne aber trotzdem können ja da Kleinigkeiten schon einen riesen Unterschied machen ne also irgendwie ja natürlich du hast ein gutes Geschwindigkeitsgefühl ne hast du weiß ich nicht wie fühlst du in der Kurve dann kannst du gerade bei so einem Kart Racer finde ich muss sich das auch einfach alles gut anfühlen da muss das auch muss Gas geben können du musst da geil driften können das darf auch nicht zu schwierig sein nicht zu einfach sein das ist halt ne bei so einem ist was anderes halt da willst du halt ja ja klar dein schlechtes Gefühl haben in Anführungszeichen ne aber wenn man Kart Racer muss halt einfach ballern richtig und die es bleibt halt abzuwarten wie umfangreich ist das Tuning halt wirklich weil die reden da von Millionen von Kombinationen gefühlt oder Tuningmöglichkeiten oder Hunderttausenden ja gut nur eine Karre da drin ist und das sind meistens die Karren die auch während der PR Aktion gezeigt werden die du halt einfach abartig viele Tuning-Möglichkeiten hast dann hast du aber andere Karren wo du dir denkst boah geil würde ich jetzt gerne mal richtig schön fertig machen dann hast du aber gefühlt keine Tuning-Möglichkeiten was ich auch mal schwierig finde bei so Sachen ist hast du jetzt da wieder Tuning-Sachen die einfach viel zu viel hervorstechen dass die dann am Ende alle spielen oder ist es da gleich gehalten ich weiß gar nicht was es jetzt mittlerweile da auch so ist dass die verschiedene Eigenschaften haben wenn du so und so welche Sachen machst hast du ein bisschen mehr Geschwindigkeit dann drauf kriegst weil irgendwie der Wind anders kommt und dich nicht so ausbremst also es gibt Teile bei Payback gab es halt ich weiß nicht ob bei den Spoilern oder so oder du konntest hinterher quasi die Teile tunen um da ein bisschen was zu machen aber wenn es rein um die Optik ging war das scheißegal du konntest da 24 Zoll Felgen auf auf den Golf knallen und den dann bis zum Erdmittelkern tiefer legen und dann hast du noch deine 8 Zoll Auspuffanlage gehabt und den 3,50 Meter breiten Spoiler und das hat an sich nichts gemacht dann ist das gut weil ich finde schon dass sich das so ein bisschen abheben sollte dass die Fahrzeuge anders sind dass jeder so sein Alleinstellungsmerkmal hat und nicht einfach am Ende alles gleich aussieht das hast ja bei vielen Spielen mittlerweile wo einfach irgendwas halt ein Meter ist und wenn man das spielt ich finde es aber eigentlich ganz geil so an Forza Horizon da hast du halt auch noch ein bisschen Simulationsfaktor drin wenn du da eine Karre tiefer legst da kannst du es jetzt halt nicht einfach so ich schraube dir jetzt auf den Erdboden sondern du hast die verschiedenen Federstufen Sport Rennen Offroad und so weiter und dadurch geht er halt auch tiefer und hat natürlich für den jeweiligen Anwendungsbereich auch bessere Werte genauso wie mit der Spurverbreiterung der Felgengröße der Reifenbreite und so weiter das hat da alles ein bisschen Faktor weil ich sag mal ein Offroad eine G-Klasse auf Fahrradreifen ist schwierig so anzumachen ist dann halt nur nicht geil denn du willst damit driften dann vielleicht wieder ja aber das ist halt bei Need for Speed zumindest bei den bei dem letzten nicht der Fall kannst dann hinterher zwar sagen hier ich möchte da und da und da und du konntest hier Auspuff Sound und hast du nicht gesehen sehr individuell gestalten das war eigentlich ganz cool das war mal was Neues ja und Motorswap ging das war auch neu ich bin gespannt was so was so da geht ich würde sagen wenn ich das für 40 Euro kriege würde ich es auf jeden Fall kaufen da würde ich ja auch nicht drüber nachdenken dann würde ich es einfach kaufen und ansonsten weiß ich nicht wie viel ich bereit bin dann auszugeben das ist so in meinem Kopf würde ich sagen Need for Speed cool hat immer Spaß gemacht 40 Euro kaufe ich ja safe je nachdem wie groß oder wie hoch der Umfang ist jetzt in dem Teil würde ich vielleicht auf 50 ausgeben aber 70 ne und die Special Edition da die was weiß ich was bringt irgendeine Lackierung oder sowas dann Gosser Wiener und Honig ne also das ist halt ich verstehe das alles Inflation und alles wird teurer und okay aber da muss man sich nicht wundern wenn es nicht jeder kauft ne und vor allem wenn er so wenig früher bekannt ist ne dann ist es ja es kommt jetzt viel aber ich meine es kommt am 2. Dezember kommt es raus da ist quasi wie gesagt ist halt Need for Speed aber da scheint jetzt nichts wo man sagt so boah da ist halt so mal eine richtig geile Neuerung drin weiß ich wie weiß ich dann weiß ich halt nicht weil Criterion ja Criterion macht guten Scheiß es kann sein ja also Need for Speed Most Wanted wo du damals hattest kannst du als Polizei auch fahren und diese Geschichten das war halt einfach mega cool einfach ja klar was Neues es ist halt wieder so ich meine dieses Cartoonige war halt in Rivals und Payback schon so ein bisschen drin sag ich mal das hat den Fans auch nicht so gefallen die Karren waren immer realistisch gehalten ja das ist auch wichtig jetzt gehen sie noch einen Schritt weiter also ich weiß nicht also die Fanbase von Need for Speed ist mittlerweile in meinem Alter und älter ich finde so ein Stil jetzt nicht geil mit 30 ja vielleicht versuchen sie einfach ein neues Zielpunkt anzusprechen ja aber dafür nee dafür aber dafür zu wenig Werbung dann halt wieder dafür kriegt man ja dafür zu wenig Werbung und weiß ich nicht dafür gibt es halt ist halt auch schwierig Autorennen ist halt eh schon nischig sag ich mal und dann hast du so was wie Forza Horizon was irgendwie alle spielen so und ja zumal es auch im Game Pass ist du kannst du da halt einfach zocken jeder der eine Xbox hat hat tendenziellen Game Pass ja deswegen also es ist halt eine schwierige Kiste die sollen vielleicht ja ein bisschen back to the roots was sie mit Meet for Speed 2015 in meinen Augen ein bisschen gemacht haben weil das war einfach nur nachts Straßenrennen cool Autos tunen zwar nicht in dem Umfang aber dafür war halt die Grafik extrem krass zu dem Zeitpunkt es fühlte sich alles gut an du hattest namhafte Hersteller von den Autos und du hattest es einfach Bock gemacht ne dann kamen halt sind Dinge geschehen die ein jüngeres Publikum offensichtlich ansprechen sollen ich finde aber okay dann haben wir dann noch die letzte Spielevorstellung für Spiele die dieses Jahr noch erscheinen fertig gemacht hoffentlich konnten wir zumindest irgendwie ein, zwei Leute davon überzeugen oder auch abhalten vielleicht von einem Spielekauf sogar ne auch ein Fähkauf ist ja nicht schön schreibt uns gerne bei YouTube oder sonst wo keine Ahnung Instagram kann man bei TikTok Nachrichten schreiben weiß ich nicht schreibt uns bei YouTube oder eine DM bei Instagram KaffeePauseTV Instagram guckt da rein falls ihr nicht vor Speed spielt gekauft habt vielleicht schon du kannst es vorbestellen oder sagt mir doch mal wie das ist wenn ihr das spielt wäre ich euch sehr verbunden jo okay dann sorry abschieben wir uns für diese Woche und dann hören wir uns in zwei Wochen wieder nochmal mit einem Podcast yes und dann dann ist 2023 zwei noch nächsten zwei noch quasi Spielevorstellung von Januar haben wir ja auch noch nächsten Morgen die kommt auch noch heute stimmt ja geht aber aufs Ende zu wir müssen uns dieses Jahr nicht mehr so vertragen ja aber meinst du das ist ja besser oder was ich glaube nicht ne aber es war ein neues Jahr ja okay also da Jungs Mädels und alle die es noch werden wollen macht's gut tschüss ciao holkottiert die WM macht's gut jungs 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 Vielen Dank.